Schönen guten Tag, Oberarzt, Dr. Denno am Apparat. Hallo Frau Wegner, Leiterin des Krankenhauses am Apparat. Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung zum Oberarzt, Dr. Denno. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe natürlich mein Bestmöglichstes gegeben, um den Virus herauszuoperieren. Ja, da haben Sie wirklich einiges geleistet. Ja. Unser Krankenhaus hat seitdem einen exzellenten Ruf. Gut, ähm... Ich würde gerne... Hören Sie, ich setze ja die OPs ja selber an. Ich muss jetzt eine Lungen-OP machen. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich werde jetzt auch reingehen. Ähm... Und dann führe ich die erst mal durch. Schönen Tag wünsche ich. Ja, Ihnen auch. Ja, danke. Tschüss. Leute! Ich habe Ihnen den Kittel zum Oberarzt! Woo! Jawohl! Es hat geklappt. Anhand meiner letzten Verdienste in der OP habe ich den Kittel bekommen. Und darf meine Operation jetzt selber ansetzen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Dr. Harry ist jetzt mein Mitarbeiter und ich sein Chef! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Searchen Simulator! Nicht mehr mit Doktor, sondern Oberdoktor Denno! Woo! Woo! Ja, Leute. Wir warten nicht lang. Wir gehen rein. Ab in die Lungen-OP. Auf geht's! Wir sehen uns! So, Leute. Da sind wir auch schon wieder. Dr. Harry assistiert uns heute im OP. Brr! Sag mal, Harry! Was ist hier denn passiert? Ich dachte, das soll eine Lungen-OP werden! Sind das Zähne? Wegener am Apparat. Ja, schönen guten Tag. Dr. Denno hier. Oh, hallo, Doktor. Sag mal, ich habe hier einen Patienten liegen. Der... Wird das hier eine Zahn-OP oder was? Ich bin doch kein ausgebildeter Zahnarzt! Ja, also irgendwie müssen wir den Patienten ja jetzt operieren. Das! Ich werde das mit dem Chefarzt besprechen! Und dann ist hier vorbei! Ich habe die Faxen-Dicke hier im Krankenhaus! Es reicht mir! Alter! Harry! Hau den Lachs rein, Alter! Wir machen die Scheiße jetzt hier! Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe hier keinen Plan, wie das läuft. Leute, ich kriege hier schon Plack, wenn ich sehe, wie der Tisch hier aufgebaut ist. Mann! So, wir machen hier erstmal sauber jetzt! Alles runter vom OP! Und alles weg! Meine Güte nochmal! Ich brauche hier Arbeitsfläche, Leute! Und nicht so ein Bums hier! Was ist das denn? So, weg mit den Tabletten! Also! Leute, wir sollen die Maske prüfen? Das kennen wir doch irgendwoher! Sitzt das richtig fest? Ist das richtig... Ja, sitzt das! Komm, Junge, komm! Komm, Junge, komm! Okay! Der Typ hat also eine Schlafbrille an, ja? Wann, nee, das wird richtig belassen, wer das! Leute, da sehe ich mich doch schon als Oberarzt! Ich habe hier, äh, wurde gehört mit den Fingern, das ist immer so eine Sache! Als Oberarzt habe ich ja, was ist, yo! Bin ich, ist Hessens Creed? Ah, ja! Ah, ja! Na ja, guck mal hier! Präzision! Präzision ist alles! Äh, okay! Ja, nehm mal hin! Leute, warum läuft da Blut? Der hat keine Verlustrate! Mann! Die Operation ist doch getürkt! So, schneid ab hier den Bums! Leute! Ah! Ach, du Scheiße! Alter! Kinders! Ich sage euch eins! Seht ihr das? Wenn man sich keine Zähne putzt, ja? Dann endet man so! Guck mal! Und dann, und dann, das Schlimmste, Leute, dann landet ihr noch in mein OP! Ja, das will ich euch nicht wünschen! Bin ich ganz ehrlich! Ja, wie ist denn das hier mit den Zähnen, du? Ich würde sagen... Wir nehmen mal den Hammer und gucken mal, wie es läuft! Rein damit hier! Nimm ihn! Jawoll! So! Komm mal, wir gucken mal! Oh, Leute, ich glaube, die OP, ne? Oh, wir haben jetzt Zähne rausgeschlagen, die den Patienten vielleicht noch erhalten bleiben sollten. Ja, wir werden mal sehen, was wir da machen. Wenn ihr mich ja schon in die scheiß OP reinstecken... Oh, ja, rein da! So! Wir haben ja schon mal einiges draußen hier. Also schon mal nicht schlecht. Ganz im Ernst, Leute! Zahnarzt tut nicht weh. Das war vielleicht keine gute Idee. Aber! Wir gehen mal mit dem Rosettenreiniger hier ran. Leute, das wollte ich doch schon in der letzten Folge machen, bin ich ehrlich. Leute, wir rassieren ihm den Bart! Okay! Das wird jetzt richtig geil, Mann! Das wird richtig geil! Okay, Leute, passt mal auf! Wir gucken mal, was wir da so Geiles hinkriegen. Leute, Leute, dieses Spiel gehört zu meinen absoluten Lieblingsspielen, bin ich ehrlich. Okay? Hier ist schon mal ganz gut. Wir wollen natürlich auch einen kleinen Bart erhalten. Wir nehmen ihn nochmal hier oben ein Stück weg. Oh, geil, Leute! Okay, noch ein kleines Stückchen. Ich will da noch ein bisschen was hier haben. Perfekt! Leute, ist das ein geiler Bart oder was? Wir sind jetzt sogar schon ein Friseur! Was diese Oberarztposition alles so inne hat, ne? Das ist unglaublich. Naja. So, pass mal auf. Pass mal auf jetzt hier. Da gehen wir nochmal rein. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Okay! Äh, ähm, Spritze! Sofort! Ich, ihr... Oh, Alter, Leute! Da sehe ich mich doch schon! Die Kündigung! Verdammt! Okay, okay. Ja, 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 ja! Rein da! Rein da in den Nacken! Schön, Betäubung hier am, am Kiefer! Okay. Ach du Heiliger, Leute! Also, ich kann mir hier nicht mehr so viele Fehler erlauben, bin ich ehrlich. Wir gucken mal, ob wir mit der Säge... Ich glaube, wir müssen hier auf... Ja, wobei... Ah ja! Wir werden jetzt noch mit dem Laser entspannt arbeiten. Entspannt. Leute, habt ihr das gesehen, wie ich hier... Na? Das war schon nice. Oh, die Backen-Szene. Ach du Scheiße! Okay, okay. Oh, nein, 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 der Patient... Ah! Leute, wir sind geliefert. Wir sind geliefert. Okay. Wir lasern ihm die Augen raus. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir sind geliefert. Oh, 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 oh... Hey... Wir können sie denn hier die OP versauen? Sie haben den Laser zu stark eingestellt. Ich hab die Wachs decken und keinen Bock mehr. So, Leute... Jetzt mit ein bisschen weniger Intensität. Das soll ja auch laufen. Also... Jetzt würde ich sagen, nehmen wir den Laser auf entspannten Basis und lasern ihm erstmal direkt die Zähne raus, ja? Das währt schon, Leute. Das währt. Ihr müsst ein bisschen Vertrauen haben. Ein bisschen zumindest. Oh, da fällt mir gerade was ein. Da muss man eine Rasur kriegen vom Bad. Ja. Perfekt, perfekt. Die Zähne, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus jetzt. Den Rest müssen wir mit der Hand wegmachen, weil mir der Laser ein bisschen zu gefährlich ist. Leute, es sind wieder überall Sachen im Weg. So, hier. Einmal. Spritze rein. Nein, der Laser. Mach ihn aus. Oh, Leute. Dieser Laser, ne? So. Das Ding ist aus. Ich weiß, geht hier manchmal ein bisschen verrückt im OP zu. Oh, Leute. Die Spritze, ne? So, hier. Mach mal wieder gerade. Perfekt. Mann, mach das Glas weg! Jedes Mal. Wirklich in jedem OP ist dieses Glas. So. Wir gucken mal. Der Patient hat vielleicht noch ein bisschen Hunger, ja? Guck mal hier. Mit dem bisschen Wasserstäbchen. Na komm. Na komm. Ja, du. Na, nimm an hier, du. Ja, komm. Okay, Leute. Ja, könnt ihr hinkommen. Ich glaube, der Patient hat danach ein bisschen Durchfall. Wisst ihr, wie ich meine? Hier, den ganz kleinen Hammer, Leute. Dann nehmen wir die restlichen Zähne mit raus. Dann gehen wir nochmal rein da. Und böllern ihnen so ein bisschen die Backenzähne raus. Ja, das sieht doch gut aus. Leute. Der hat doch nichts mehr. Der hat doch keinen Gebiss mehr. Hier. Der Mund mal weiter. Rucki, zucki, Zahnklemmtnerei. Rucki, zucki. Ähm. Leute. Kennt ihr diese Stäbchen, die der Zahnarzt hat, damit du den Mund weit aufmachst? Das habe ich auch gemacht. Ist doch klar. Ist doch klar. Also da ist schon mal alles raus. Aber bevor wir es vergessen, Leute. Bevor wir es vergessen. Müssen das Ding hier nochmal ein bisschen fischig drehen. Ich würde ihm natürlich gerne nochmal den Bart abrasieren. Boah, Alter. Warum gibt es hier so viele... Leute, ich glaube, du brauchst die Pinzetten für die Zähne, oder? Ich kriege die doch niemals da raus. Also ganz ehrlich, ich würde ja schon so eine coole Frise aus dem Bart machen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber, nee. Das ist dann auch mal für meine Verhältnisse eine Nummer zu doll. Muss ich tatsächlich sagen. So, geht zur Seite da. Junge, geht zur Seite. Oh, Leute. Perfekt. Da sehe ich mich. Leute, geil. Wenn der wieder wach wird. Keine Zähne mehr. Kein Bart. Perfekt. Ich war so in meinem Element. Ich muss ehrlich sagen. So. Nein. Die Spritze. Oh, scheiße. Nicht schon wieder. Mann, haben wir denn mit uns gar nichts gelernt, oder was? Okay, okay. Ich schaffe das. Ich kriege das hin, Mann. Harry. Ich brauche jetzt hier nicht das Notizbuch. Alter, ist das dein Ernst? Leute, ich habe nicht mehr so viel Zeit, um genau zu sein, noch knappe 10 Minuten, wenn die Verlustrate hier so bleibt. Wir setzen mal so ein paar Zähne ein und gucken mal, wie das danach aussieht, das Gesamtergebnis. Leute, das wird geil, ey. Ey, das wird richtig geil. Wir nehmen ein paar Backenzähne. Die packen wir ihnen ganz nach vorne. So. Perfekt. So. So, reingreifen. Nehmen wir raus hier einen Zahn. Okay. Okay. Ja, da haben wir doch was. Oh, guck mal hier. Das sieht gut aus. Nehmen wir nochmal einen davon, oder was? Auf jeden Fall. Leute, wir machen hier die allerbeste Zahntransplantation. Das kann ich euch sagen. Also, wenn der Typ hier nachher aufwacht, der wird ein komplett neues Ich an sich erkennen. Das wird zum Schreien. Okay. Leute, ich krieg mich nicht mehr, ey. Wenn ich mir das vorstelle, Mann. Stell dir einfach mal vor. So ein Arzt würde das wirklich so machen. Oh, Leute, das ist ja so dumm, ey. Okay. Okay. Das sieht ja ganz gut aus hier. Wir haben noch knapp sieben Minuten. Also, die Zeit ist tatsächlich nicht für uns. Aber... Oh, nein. Na, guck mal hier. Der kriegt. Äh. Harry. Äh. Ich glaub, der hat einen Zahn verschluckt. Okay. Ja, das läuft. Ja, das ist gut. Das ist gut. Jawoll, Leute. Jawoll. Vertrau mir. Ich bin Zahnarzt. Ja, Leute. Das war es mit einer weiteren Folge vom Operationssimulator. Falls euch die Folge gefallen hat, haut ein Like rein. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, Leute. Checkt die anderen Videos aus. Und wir sehen uns Mittwoch. Denno out.